Musik Einen scheiß radikalen Abend und herzlich willkommen zu Thilo Sarrazin's Sendung Was haben Alice Schwarzer und Kopftuchmädchen gemeinsam? Die sogenannten Brandmarken Wir werden längst von radikalen Kopftuchatzen ausgehöhlt und unterwandert Ganz Deutschland hat Thilo Sarrazin's Schwester gefickt Zu Gast sind Peter Scho-lalalalalalalala Ein Schwanzkopf, manche nennen ihn auch Mr. Arbeitslos Pierre Vogel ist bei uns, ein deutscher Arze Von Pierre Vogel ist bekannt, dass er Kopftuchmädchen in 30 Sekunden fickt Na dann bitte, der Verfassungsschutz nennt ihn Deutschlands bekanntesten Kopftuchvogel Jürgen Fliege ist scheiße Neben ihm Irngat Pimp Sie ist ein motherfucking Pimp Und möchte nicht mit dem scheiß Jürgen Fliege in einen Topf geworfen werden Udo ist in Deutschland arbeitslos und er zerfickt Träumen von jungen Menschen Und später kommt noch meine Schwester für 30 Sekunden zu uns Sie wurde vor 17 Jahren von jungen islamistischen Menschen radikal zerfickt Herr Schollertur, Sie befinden sich mitten im Kopftuchmädchenverein Schauf ich schon erstmal ergeben Ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Er hat ja Mund Sagen Sie solange wir hier noch Jürgen Fliege wisten Werden wir längst von der dritten Generation gekackt Herr Vogel ist nicht ganz dicht Alter Ich konz gleich Konfetti Der Islam ist der letzte Scheiß Der Prophet Mohamed wird alle Menschen dienen und danach in die Hölle gehen Ja, also Prophet Mohamed Alter, ich glaube an Kiefern und Zivildienst. Das ist wohl wahr, Herr Ulfkotte. Da sitzt ein junger Kopftuchatze. Haben Sie was dagegen? Ich kann mal ein bisschen was sagen, was ich will nicht sagen. Ich will nicht sagen. Ich will nicht sagen, was ich will nicht sagen. Alter, fuck. Also so ein Scheiß. Ich will nicht sagen, was ich will nicht sagen. Ich will nicht sagen, was ich will nicht sagen. Alter, fuck. Also so ein Scheiß. Ich kann verbal alle zerficken. Ich zahle die Kopftuchatzen in Mönchengladbach. Und ich boxe meine Schwester in die Islamschule. Ähm, ich vergaß alle Juden weltweit. Und ich bastel aus der Person von Herrn Vogel einem Schwanz. Ich habe jemanden von der christlichen Mitte Deutschlands in Mekka getroffen. Daraufhin habe ich einen Anschlag gemacht. Pierre Vogel, haben Sie was zum Rauchen da? Ja. Na dann bitte.